Hey, mein Werbepartner Fantasy-Freak hat neulich das Display-Turnier veranstaltet zu Age of Overload und ich durfte mit Kommentator sein. Ich habe die VOD-Aufnahmen vom Twitch-Livestream freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen, sodass ich jetzt hier raus coole YouTube-Videos schneiden kann und ich euch jeden Tag eine Runde zum Fantasy-Freak-Display-Turnier präsentieren kann. Und ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß bei diesem heutigen Duell. Los. Andere haben wir auch schon gesehen gehabt. Ich meine mich an dich liefst zu erinnern, oder? Nee, nee, nee. Warte, die Höhe. Nee, nee, haben wir nicht, haben wir nicht. Nee, hatten wir noch gar nicht im Video-Match. Hatten wir noch gar nicht im Video-Match. Dann bin ich gespannt. Das heißt, ganz... Wanderbrise-Mirror, genau, hat jetzt schnell das Deck gewechselt. Oh nee, Wanderbrise-Mirror, das macht keinen Spaß. Das ist nicht so cool. Okay, mein Lieben, wir sind hier im Finale, ja? Und Finale heißt immer natürlich eine besondere Stimmung auch. Und wir sehen hier zwei absolut super... Super-Spieler. Warte mal, ich... So, der Chronograph muss gleich nochmal kurz zurückgesetzt werden, und dann... Oder geht das nicht? Ich denke, das geht, ne? Und von daher super, super, super cool. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt gleich auf uns zukommt. Wir wissen ja, ein Deck kennen wir schon, aber das andere Deck kennen wir jetzt noch nicht. Okay, die Zeit ist falsch. Ich denke mal, die wird gleich geändert. Alles gut. Ja. Ich gucke mir jetzt gerade nochmal... Gucken, ob ich die Decklisten jetzt gerade nochmal aufrufen kann. Soll ich eventuell den unteren Spieler einmal kurz um 180 Grad drehen, Leute? Was sagt ihr? Ja, mach das mal. Mach das mal. Ja, okay, okay, die Zeit wird geändert. Supi. Vielen Dank, Judge Team und Theo. Alles super. Ihr macht das toll. Richtig, richtig gut auf jeden Fall, ja. So. So, ich gucke mal, ob ich die Decklisten finde. Und dann... Oh, auch Dragon Link. Dragon Link. Wir haben genau das gleiche Matchup wie eben. Dragon Link gegen... Risk Gaze. Risk Gaze. Genau das, was wir gerade hatten. Das ist sehr krass. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Aber finde ich cool und zeigt schon wieder, wie gut Dragon Link einfach ist. Was für ein starkes Deck das ist. Ist das Sauronir? Das war Sauronir, ne? Ja. Ich glaube, das war ein Sauronir, ja. Ich glaube, das war ein Sauronir. Abyss-Zill-Control. Okay, okay. Keine Rockets. Okay, okay, okay. Uh, okay. Die Despardaslee. Ist auch cool. Die sehen wirklich cool aus. Die sehen wirklich ziemlich, ziemlich cool aus. So. Ich hätte gedacht, dass wir tatsächlich einen Unchained sehen. Aber auch so finde ich strong. Finde ich sehr, sehr strong. Naja, ein bisschen... Die können was, die haben ordentlich Pfeffer. Und wir sehen schon, das sieht ziemlich gut aus. Das sieht ziemlich, ziemlich gut aus. Es ist ein starker First-Turn hier. Also von daher, sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Also egal, wie das zu Ende geht. Ich glaube, beide können sich echt freuen. Einer kriegt Age of Overlord-Display, der andere kriegt eine Rarity-Collection-Display. Das ist schon echt nicht schlecht, ne? Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr gut. Und beide haben da eine Menge was. Also, ne? Du kannst mit beiden Sachen, kannst du dich mehr als zufrieden geben. Es sind beide Sachen ultra strong. Es sind super viele geile Produkte drin. Er produziert schon Karten drin. Einfach. Von daher. Also, das ist schon sehr, sehr gut. Das ist schon sehr, sehr gut. Muss man einfach so sagen. So, unser Bistel-Spieler legt hier aber richtig los. Ja, der macht das auch ziemlich flott, ey. Ja. Ist das eine Alt-Alt-Mascarena, ne? Ja, da kommt eine Alt-Alt-Mascarena. Sieht auch viel cooler aus als die normale. Mag ich sehr viel mehr. Findest du? Ich mag die Original lieber tatsächlich. Ich mag das Farbstimmel bei dem Motorrad und allem. Keine Ahnung. Ich mag das Blau-Lieder. Äh, das Lieder-Gelb so. Ich mag tatsächlich die Original lieber. Find die auch nicht schlecht, aber ich mag die, ja, die originale Mascarena. Mag ich da doch irgendwie lieber. Ich mag die. Find die irgendwie besser vom Adler. Mhm. So. Wir haben doch ein relativ starkes First-Man-Board hier. Ja. Auf der Bistel-Dragon-Seite. Das sieht sehr, sehr solid aus. Ja. Das sieht sehr, sehr solid aus. Auf jeden Fall. Ne? Also da haben wir, da haben wir einiges, was wir hier machen können auch. Und das sieht, das sieht ziemlich gut aus. Das sieht wirklich ziemlich, ziemlich gut aus. Mal gucken, was noch so geht hier. Okay, ich habe mir gerade nochmal die Deckliste aufgerufen. Und das sieht auf jeden Fall super spannend aus. Sieht super, super spannend aus. Und ich glaube, auch im Extra-Deck sind, uh, der Spiel, uh. Hast du mal ins Extra-Deck geguckt? Ich schau mal kurz nach. Vom Bistel-Spieler? Ja. Ich schau mal kurz. Ich schau dir mal die allererste Karte an. Die allererste Karte von Bistel-Spieler. Habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Das könnte witzig werden. Das könnte sehr, sehr witzig werden. Jetzt haben wir hier natürlich... Oh, Tatsache. Ja, das ist schon witzig, ne? Die sieht man auch nicht so oft. Ja, Tatsache. Sieht man echt nicht so oft. Und jetzt haben wir hier natürlich... Also, ne ganz gute Situation vom Bistel-Spieler. Der ist doch relativ... Doch, relativ gut dabei, ne? Muss man einfach mal so sagen. Der ist... Ja. Quatsch, Tütenberger. Ich kann dir auch sagen, die Old Art Unicorn in Ulti sieht auch richtig gut aus. Das glaube ich. Das glaube ich. Das glaube ich, dass es gut aussieht. Okay, der Rescue-Spieler darf erstmal loslegen. Wir haben erstmal keine Interruption. Da kommt unser Lieblingsfeuerwehrmann in den Rand. Feuerwehrmann Sam. Naja, eigentlich ist das ja kein Feuerwehrmann. Das ist ja unser Hydrant. Der ist ja dafür da. Der wäscht die Drachen mal ein bisschen. Genau. Der soll die Drachen waschen. Aber gut. Erstmal kommt eine SP. Die wird angekettet. Und... Oh! Star! Underworld Goddess! Underworld Goddess! Cool. Das ist natürlich ekelhaft, weil da natürlich das gegnerische Feld einmal mitgenommen werden darf. Das ist natürlich sehr gut. Das ist cool. Aber, wie wir schon herausgefunden haben, Futter im Grave findet Rescue Ace jetzt gar nicht mal so unschlau. Also so... Ja, klar. So, ne? Von daher, das, ähm... Ja, das hindert die jetzt erstmal nicht, dass sie erstmal gar nicht spielen können. Oh, da kommt das... Das Emergency. Emergency, wie gesagt, schon so oft gesagt, so eine starke Karte. Ja, eine Custom-Karte. Eine Custom-Karte in common, ey. Sie kriegt ja jetzt endlich ihren OTS-Pack ihren verdienten Roll-Opercent. Immerhin. Ist eine Super-Rare. Immerhin, genau. Ist eine Super-Rare. Aber, wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja auch einfach verdammt stark Sport nochmal. Vom Bissenspieler. Ne? Und der hat das echt sauber gespielt. Der hat das sehr sauber gespielt. Das ist sehr gut gespielt. Und da merkt man, okay, das ist auf jeden Fall ein Finalspiel hier. Das ist auf jeden Fall ein Finalspiel. Spielen beide auch sehr flott. Unglaublich. Unglaublich. Wie wissen wir, was sie tun? Das ist Fire Engine, glaube ich, Chris. Also oben links sieht aus noch Fire Engine. Das müsste jetzt Fire Engine sein. Ja. Genau. Das ist Fire Engine, der Hydrant und wie hieß der andere? Was ganz oben liegt, das müsste der Air Lifter sein. Air Lifter, genau. Rescue Ace Air Lifter. Ich schreibe das auch gerade schon im Chat. So, das ist natürlich ganz cool, aber die andere Road Gottes hat natürlich auch erstmal ordentlich Artikel, ne? Ja, da müssen wir erstmal drüber kommen. Da müssen die natürlich erstmal drüber kommen. Und aktuell gibt es auch keine 412 zum Puschen. das heißt, da müssen die erstmal drüber kommen. Und auch hier, Book of Moon oder sowas hilft nicht, weil Link geht nicht. So. Deswegen, mal gucken, was die Rescue Ace jetzt schönst einfallen lässt, um darüber zu kommen. In Man Oh, stark! Das ist super gut. Enemy Controller? Enemy Controller. Oh, er übernimmt nicht die... Ach, er kann die gar nicht übernehmen, weil, wegen Dings. Er kann die gar nicht übernehmen, aber stark! Gut gespielt! Gut gespielt! Sehr gut gespielt! Oh, was kommt denn jetzt? Kommt jetzt eine eigene... Eine Nipp! Ach, ein Nibiru! Ein Nibiru kommt geflogen! Schon wieder kommt ein Nibiru! Alter, wir hätten mal ein Nibiru-Counter machen müssen! Ja, die haben wir heute öfter gesehen, als der Spiel! Ja, wir haben wirklich so oft ein Nibiru gesehen! Ein Nibiru ist heute der Sweeper, Alter! Ja, total! Also, wie oft wir heute schon Nibiru gesehen haben! Aber das Ding ist, Rescue-Ace kann er trotzdem so leicht von Recoveren, ne? Ja, das stimmt leider! da hat er Wanted! Oh! Oh! Das ist natürlich ein Traum! Das ist natürlich ein Traum! Das ist natürlich wirklich ein Traum! Ja, die Wanted wird er wahrscheinlich schon nehmen, ne? Vermutlich! Also, ich kenne seine Handkarten natürlich nicht, aber eigentlich musst du die Wanted nehmen! eigentlich musst du die Wanted nehmen! Oh! Wobei, mit der Snake-Eye kannst du noch auch Quatsch! Nein, du musst eigentlich Wanted nehmen! Musst du, oder? Also, wir kennen seine Handkarten nicht, ne? Also, er hat ja noch eine! Das heißt, eigentlich, ja, oder? Eigentlich musst du Wanted nehmen! Ja, klar, okay! Ja, doch, er hat nicht Wanted, okay! Die Karte ist einfach zu gut! Gerade im Rescue Ace ist es einfach schon sehr, sehr strong! Die ließ ich ja teilweise gewinnen! 1-0! Für, oh! Für D-Link? Ja! Nice! 1-0 für D-Link! Äh, beziehungsweise Bist-Control! Sorry, wir wollen das Deck hier nicht falsch benennen! Bist-Control! Cool, 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 cool! Führt hier 1-0, um Zeit zu sparen! Wahrscheinlich! Ist halt natürlich schlau, ne? Wahrscheinlich! Nützt halt nichts, wenn er nicht weiß, ob er gewinnen kann, jetzt noch 10 Minuten zu verschwinden, ne? Genau, genau! Er hatte auch nur noch eine Handkarte, die Ressourcen im Grey waren beschränkt, und der Bist-Spieler hatte schon ein ziemlich ordentliches Board auch. So, das heißt, was wird hier gecited? Was kann hier gecited werden? So, das ist natürlich die große Frage, ne? Das ist natürlich jetzt die große Frage, was kann hier gecited werden? Was kann reinkommen? Was geht raus? Ich finde, Ciden ist immer ne große, große Kunst, und da merkt man wirklich, ob sich jemand mit dem Deck beschäftigt, sagt es oder nicht, weil Ciden, das kann so, so entscheidend sein. Ja, und so wie die beiden gespielt haben gerade, man sieht, die beiden können's auf jeden Fall, ich denk mal, da sehen wir noch eins, vielleicht sogar zwei gute Spiele jetzt noch. Ja, also für uns im Stream würde ich mir natürlich zwei gute Spiele noch wünschen, einfach weil es spannend geht und wir natürlich möglichst, ja, einen coolen, unterhaltsamen Abend haben wollen, aber ich kann's verstehen, wenn wir jetzt ein cooles, zweites Spiel sehen, das wäre natürlich auch in Ordnung, ne? Muss man einfach sagen. Auf jeden Fall. Aber natürlich, ein cooles drittes Spiel, ich glaub, das wäre schon, ich glaub, wir alle, nur aus Zuschauersicht, ne? Nur aus Zuschauersicht, wäre das natürlich auch was, wo wir sagen, warum nicht, warum nicht. Wir haben auch heute Konstanz um die 50 Viewer, was auch sehr nice ist. Auf jeden Fall. Vielen Dank für's Zuschauen, Leute. So. Offensichtlich, genau, Rescue is startet. Natürlich. Das war zu erwarten. Und, oh, wir starten mit Wanted. Das ist stark. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Aber, es geht durch. Keine Hörscher oder irgendwas. Geht durch. Wanted kann, kann voll durchziehen, was natürlich, genau das ist, was hier auch gewünscht ist. Okay. Eine, eine Econ, ein Emergency, äh, Emergency, doch, ein Enemy Controller wird abgeworfen, um die Black Witch zu specialen und sich dann wahrscheinlich die Snake Eye Karte genau zu holen, worauf wir wieder Zugriff auf unseren Hydranten bekommen. Oh, wir haben den Hydranten übergeworfen. Das heißt, das ist auch nochmal ein Follow-up. Ja, die Ultra Spell ist auch echt geil von, äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall, die ist sehr, sehr gut. Eine sehr, sehr gute Karte. Und da kriegen wir wieder unsere Follow-up-Maschine auf die Hand. Sehr, sehr gut auf jeden Fall. So, dann wird das auch einmal tributet und wir holen aus dem Deck ein Level-1-Monster, das heißt, eine weitere Kopie von unserem Hydranten. Können jetzt in Link-Kuribo gehen, genau, das machen wir auch, und könnten theoretisch mit den beiden, genau, die kommen jetzt raus, holen ihn und können jetzt Z-4 Z-4 machen. Oh, Nibiru, stark, stark, Nibiru, der Vernichter heute. Stark, schon wieder kommt da der Nibiru angeflogen. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, 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 sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Aber die beiden gehen noch mal in eine IP und ein weiteres Monster kommt und auch jetzt, das hat uns nicht gehindert, das ist so stark. Wir können trotzdem unsere Vor-Cut machen. Das ist so egal. Das ist so gut, das ist so gut. Und wir haben nicht nur vier Karten, die wir gesettet haben, sondern wir haben dazu auch noch eine IP Mascarina, die natürlich Potenzial hat, nächste Runde dann auch die SB Little Night aufzugehen. Ja, das ist sehr, sehr stark. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Also das ist sehr, sehr stark. Als wäre der Nibiru gar nicht passiert. Ja, also der Nibiru war eigentlich ein Follow-up für ihn, so ein bisschen. Und die Anisle Frame, da kommt ASF auch noch Shane, die immer, oh mein Gott. Shane, 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 Shane Emergency, ne? Ja, Emergency. Shane Emergency. Oh mein Gott, das ist so gut. Ja, natürlich, ja, klar. Das ist so gut. Und jetzt haben wir, jetzt haben wir genau das, was wir gerade gesagt haben. Wir haben ein Spiel 3, das ist alles, alles entscheidende Spiel 3. und auch hier war wieder wirklich ultra clean gespielt vom Rescue Ace Spieler. Und da muss man sich wirklich fragen, macht es Sinn, Nibiru zu schmeißen oder warte ich einfach? Aber wahrscheinlich muss der Nibiru schmeißen, sonst wäre da irgendwie noch mehr gekommen. Aber der Nibiru, der hat schon, der hat ihm eigentlich schon wieder Vorteile gegeben. Man kann Anti-Spell-Spielern aber auch nicht böse sein. Ich meine, es geht ja um einen Preis, man will ja auch gewinnen. Es geht hier um Platz 1, es geht hier um Platz 1 und natürlich ist es dann vollkommen limitiert, auch mal ein ASF zu flippen. Das gehört einfach dazu. Das gehört einfach dazu. So. Die Nibiru ist so unfair. Das stimmt. Naja, jetzt haben wir wenigstens ein Game 3, wir haben noch 35 Minuten, vielleicht sehen wir jetzt noch etwas richtig Cooles. Ja, ich glaube, wir sehen jetzt ein richtig, richtig cooles Game 3 und ganz ehrlich, das ist doch eigentlich genau das, was wir im Finale sehen wollen, oder? Denke ich auch. Ein richtig geiles Game 3 und einfach ein schönes Spiel. Das ist doch das, worauf wir alle Bock haben und das kriegen wir hier absolut geliefert. Also 10 von 10 Content, also wirklich richtig gut. Wir sehen zwei unfassbar gute Spieler. Die machen ihre Sache extrem gut und die wissen ganz genau, was sie tun und von daher, das sieht sehr, sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus und sieht auf jeden Fall danach sehr viel Spaß aus und ich finde es auch wichtig, dass beide Spieler Spaß haben und ich glaube, beide Spieler haben auf jeden Fall auch Spaß. Das denke ich auch. So, wir fangen an gleich. Jetzt geht los auf ein Spiel 3. Ich vermute mal, der Bistensspieler wird anfangen. Ja, da kommt die Dragon Ravine. Pitch einen, wissen wir, das ist Saronir? Ja, ich glaube, das ist Saronir. Ja. Ja, Pitch einen Saronir, Saronir Effekt und legt sich wahrscheinlich ein Lobelion rein. Ja, da kommt der Lobelion auch in 25th University, der ist Quarter Century. Mhm. Check, check, check. Und der ist sehr selten in der Seltenheit. Das stimmt. Das stimmt. Uh. Uh. Schattenlicht. Ah, sehr cool. Sehr, sehr cool. Mhm. Einen ähnlichen Start wie tatsächlich in Game 1. Nicht ganz genau so, aber ähnlich. aber tatsächlich gucken. Kommt er noch mehr oder war's das erstmal? Weil nur das könnte eventuell ein bisschen dünn sein. Müssen wir mal gucken. Er darf jetzt einen Dragon holen. Vermutlich kommt ein Red Eyes Darkness Metal Dragon. Würde auf jeden Fall Sinn machen, hier einen Red Eyes Darkness Metal Dragon zu bespüren. Naja, holt sich kein Red Eyes Darkness Metal Dragon, er holt sich ein, was ist denn das? Dual Swarm, ne? Ja. das ist ein Dual Swarm. Das ist natürlich auch ganz cool. Dual Swarm, wenn der geht, darf der natürlich noch was mitnehmen. Das ist schon, das ist schon gut. Das ist schon, das ist schon sehr nice. Okay. Und unser Rescue-Ace-Spieler legt schon wieder los. Er legt schon wieder ordentlich los mit der Diabetes Engine. Da kommt das Emergency und die Star, uh, krass. Jetzt hat der Zugriff auf unseren Hydranten. Kommt der durch? Kommt es durch? Es wird ein Dual Swarm Unchained und die Black Witch natürlich entfernt. Macht ja auch Sinn, die rauszunehmen. Und da kommt unser Hydrant. Und der Hydrant bringt uns natürlich auch erstmal mit ins Spiel, ne? Ah, stark! Stark! Wir haben die Bistil Trap. Die Bistil Trap. Wenn wir ein Bistil haben, können wir was negieren. Aber aktuell ist kein Bistil da. Funktionen die Bistil auch von der Hand oder musst du auch vom Feld? Ich glaube, du musst vom Feld tributen, ne? Ich glaube, ja. Weiß das einer von euch im Chat? Ich glaube, du musst vom Feld tributen. Um was zu negieren. Hand oder Feld. Ach, perfekt. Hand oder Feld. Das heißt, wir haben, aber wir haben aktuell keine Hand. Oder? Ich glaube, wir haben gerade aktuell keine Handkarten. Das heißt, aktuell macht die nichts. Aktuell macht die nichts. Das ist das Kranke an Emergency. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Das stimmt. Oder welche Karte genau? Ne, die Bistil. Die Bistil Trap. Die Bistil Trap. Die kann ja was negaten, indem du ein Bistil von dir tributest. Aber ich weiß gerade gar nicht, ob du auch von der Hand tributen kannst. Ich glaube, du musst aber vom Feld tributen. Du musst vom Feld tributen, um was dann zu negieren. Ja, die Brandtribute vom Feld. Die Hände in der Gamata. Bestens informiert. Genau, vom Feld, ein Drachenmonster. So war das. Danke, 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 danke. Es sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Jetzt schon wieder für unseren Rescue Ace Spieler, weil er doch relativ frei spielen darf. Und Rescue Ace solltest du eigentlich nicht frei spielen lassen. Das ist eigentlich nie eine so gute Idee. Und wir sehen einfach diese krasse Power, die jetzt auch dahinter steckt, weil wir natürlich in IP gehen und das Starke ist, Sachen einfach wiederholen. Und jetzt haben wir wieder den Zugriff auf unsere Backrow und können uns einfach wieder vier Karten holen und holen uns einfach vier Karten von dem Deck, die wir einfach wieder setten können. Und das ist so, so, so stark. Und diesmal können wir keine Büro kassieren, weil unser Gegner aktuell keine Handkarten hat. Das heißt, unser Rescue Ace Spieler kann hier frei durchspielen. Und das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut für Rescue Ace. und da wird es auch, da wird auch schnell gespielt. Da wird auch schnell gespielt, da wird viel gemacht, um einfach in dem Spielfloor zu bleiben. Jetzt kämen die beiden raus. Wahrscheinlich kommt eine SP Little Night, um das gegnerische Monster nochmal zu banischen. Vermutlich kommt eine SP, da kommt die SP Little Night, wie erwartet. Der Effekt wird aktiviert. Oh, es geht tatsächlich das Dragon Ravine, kann ich nachvollziehen, kann ich nachvollziehen. die beiden gehen auch nochmal raus und da kommt der Typhoon. Da kommt der Typhoon. Wir sehen ihn das erste Mal. Oder warte mal, ist das überhaupt ein Typhoon? Ich glaube, das ist ein Typhoon, oder? Das ist ein Typhoon gewesen, ja. Ja, das war doch ein Typhoon. Und da kommt Pot of Prosperity. Ah, das ist so viel an ich das decken. Alter, Alter, das ist so stark. Es ist so, so, so stark. Du hast alles rausgehauen und jetzt kommt auch nochmal der Pot of Prosperity. und da kommt, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, die Rota kann er sich eigentlich gleich schnappen. Das ist so stark. Das ist so, so stark. Mit der Rota wird er jetzt sehr, sehr recht wahrscheinlich den Ace Monitor holen. Genau. Nee, er holt gar nicht den Monitor, sondern er holt sich den Impuls. Das stimmt. Impuls ist auf drei. Warum soll er sich die Monitor holen? Muss er ja gar nicht. Impuls ist hier an der Situation natürlich viel, viel besser. Sehr gut. Das ist so stark. Das ist so stark. Five Pass Set. Five Pass Set. Und selbst, wenn er Lightning Storm settet, er kann sie nicht aktivieren. Oder wenn er einen Lightning Storm tatsächlich treffen sollte für den Draw, weil er ja noch die Drop hat. Und da kommt ein kleiner Drache geflogen und daraufhin auf die Summon wird eine Emergency angekettet und die Emergency darf man wieder specheln. Sie darf jetzt einfach wieder was holen. Da kommt wieder der Hydrant. Der Hydrant kommt und an den Hydranten kommt noch ein Rescue und wir können wieder was von Fredo holen. Daraufhin kommt jetzt unsere zweite Trap. Unsere Ex-Kin-Gun-Chu. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Wo wir einfach einen Monster target haben. Das Ding ist einfach krass. Was der Gegner kompliziert oder einfach zerstören. Und das ist so viel Power. Da steckt so viel Power hinter. Das ist so krass. Das ist so krass. Und wir müssen einfach auch sagen, wir haben ja auch einfach einen Spieler, der es verdammt gut spielen kann. Der kann es einfach sehr, sehr, sehr gut spielen. So. Jetzt gehen die beiden raus. Das ist ein Win. Das ist ein Win für Lillisander wieder. Lillisander das Turnier schreibt mal ganz doll Gigi in den Chat. Richtig, richtig strong. Und Ja, bis